Ja moin moin und herzlich willkommen zurück bei Bad Poker Face Gaming mit dem Daniel wieder bei Yoshi's Island, heute im Level 3, 8, dem Boss Level von Level 3, das da heißt Audreys Festung. Da bin ich mal gespannt. So, keine Eier, schon mal schlecht. So, was kommt? Abwasserrohr, okay. Wow, what the? Ja, schön, erstmal aufmunitionieren hier. Komm, weiter, schön. Ausgezeichnet, weiter, weiter, weiter. Okay, er will nicht mehr, dann kriegt er jetzt aufs Fressbrett. So, ganz easy peasy drüber, so. Dich kann ich nicht verspeisen und du brichst ab, sehr schön. Boah, was das für Viecher waren, keine Ahnung, auf jeden Fall kann ich keine Eier draus machen. Ja, stampfen wir den mal hinterher. Ich hätte eigentlich jetzt auch oben lang gehen können. Egal. So. Düm, düm, düm. Und eine rote Münze, sehr schön. So. Dann gucken wir mal abwärts. Da haben wir zwei normale Coins. Und da haben wir ein... War das ein Lakitu? Egal, ich habe die Münze. Münzen. Ja, und das heißt, unter hier die Schräge entlang. Oh, brems nochmal. Oh Gott. Oh, noch eine. Überall Piranierpflanzen. Ja. Erstmal aufmunitionieren hier. Was haben wir da denn? So, und... Versuche das Ei an die Röhre zu schießen. Jetzt kannst du die Münzen, die sich unten links befinden, erreichen. Okay. Awesome. Awesome. So. Dann kann ich nicht rein. Dann kann ich nicht rein. Dann kann ich nicht rein. Was haben wir hier? Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Du kannst die Münzen zwar direkt erreichen, aber cooler ist es, wenn du versuchst, die Münzen mit einem Ei und der Hilfe des Wassers einzuhalten. Alles klar. Und nochmal. Passt. Sehr schön. So. Dasselbe müsste auch andersrum gehen. Sehr gut. Und... Genau, die Münze brauchte ich auch noch. Dann aufmunitionieren. Und... Klopfen wir erstmal die weg. Sehr schön. So. Jetzt... Ich komm gar... Awesome. Das war schön. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so ausgezeichnet funktioniert. So. Wo sind wir denn hier jetzt? Okay. Okay. Wah. Shit. Komm. Sprung mir aus. Mal. Zer. More than close. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will diesen Mittelpunkt. Schön. War das schön. Nicht schön, aber selten. So. Komm ich an dir so... Vorbei? Ich komm an dir so vorbei. Oh nein. Sporen. Aber wunderbar genau in die richtige Ecke gekickt. Kann ich dich zum Aufmunitionieren benutzen? Yes, I can. Komm, ich spuck nochmal. Schade. So. Und... Komm, einmal noch. Yes, meine Blume. So. Dann abwärts. An dir komm ich hoffentlich so vorbei. Yes. Du bist weg. Du gehst mir aus dem Keks. Erstmal aufmunitionieren. Damit ich wieder diesen Wasserkrumpen da wegschießen kann. Dieser Satz macht nicht mehr ansatzweise Sinn. Kann ich dich überhaupt töten? Nein, ich kann dich nur einmal verzögern. Alles klar. So. Und Armtauer. So. Jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Toll. Jetzt muss ich wieder warten, bis sehr groß ist, dass er spucken kann. Dass ich mich auch munitionieren kann. So. Meins. Meins. Yes, mit Sterne. Awesome. Awesome. Ja. Du kommst auch zu mir. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder übers... Übers Wasser schießen. Sehr schön. Ja. Und... Komme ich... Komme ich da raus? Yes. Sehr knapp. Aber egal. So. Und schnapp. Und schnapp. Und noch eins, komm. Gib. Gib mir. Da. Das war schlecht. Das war noch schlecht. Komm. Shit. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Sehr schön. Also, jetzt muss ich hier erstmal wieder den richtigen Absprungpunkt finden. Meins, meins, meins. Sehr schön. So, warten wir hier mal bis die alle gelandet sind und verwursten die mal. Oder verehren, eher gesagt. Alles meins. So, gib mir die Sterne. Schön, 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 jeim. Oh, da schon. Da sind wir schon. Bin mal gespannt. Kein 100% Run. Tut mir leid. Voll Abwasser und so. Okay. Und ich glaube, ich sollte gleich mal hoch auf die Plattform. Was ist los, du hässlicher Wichtigstur? Hast du immer noch nicht genug? Hat Audrey nicht einen süßen Bauchnabel. Was? Ups, da ist mir wohl was rausgerutscht. Wie bitte? Bauchnabel, das ist eine Pflanze. So, komm, mach groß. Ich hab Angst. Was? Yay. Was? Oh Gott. No. Ach, da. Okay, warum kann ich mich jetzt immer noch nicht bewegen? Ich will mich langsamer bewegen. Boah, Alter. No. Ich komm nicht aus dem Wasser raus. Jetzt. Okay, ich hab... Boah. Yes. Prinzip verstanden. Yes. Yes. Kein Problem mehr. Sehr schön. Awesome. 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 So, komm, Ramatacke. Ries mich. Eh nicht. Ha ha ha. So. Noin. One time of this bitch. Das war easy. Bzzzz. Und von dort. Hihihihihi. Voll erwischt. Mit Schlüssel und so. Ha, Segerschluck Kaffee. Ha, da, 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 da. Und mir fehlen wahrscheinlich ganz viele Sachen. Okay, das war, punktemäßig war das mies, von der Zeit her war das relativ gut, finde ich. So, und das war Welt 3. Wow, nur einmal 100%, das ist mau. Egal, wir stampfen dieses Schloss jetzt ein. Bin ich überhaupt. Ach, da unten, nein, Jöte. Ja, komm, mach es kaputt. Immer nur Sprengen, da hätte man auch ein bisschen kreativer sein können. Yes, schönes Ding. So, das war Welt 3. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Welt 4. Bis dahin und tschüss.